Ja hallo Marvin, zeig uns doch mal, wie geht dein Wurf? Wie gehst du ans Occy, wie wirfst du? Ja, also erstmal pull ihn unten, stell den ganzen Fight Link hin, seh ich dann den Blick zum Feld, setz einmal an und dann hab ich einmal die Aufklärbewegung und dann geht's Richtung 20. Eigentlich ganz simpel. Ja super, vielen Dank, dann viel Erfolg fürs Turnier. Danke, mach's gut.